Viele Leute, die heutzutage einen YouTube-Kanal starten oder am Beginn Vlogs zu drehen, tun dies mit einem Smartphone. Was ja auch nicht verkehrt ist, denn die meisten dieser Smartphones haben eine recht gute Kamera bisher. Wie aber und mit welchen Kameras ihr eure Bildqualität und mit welchem Equipment ihr auch eure Tonqualität steigern könnt, das verrate ich euch heute. Ich hab Kaffee, let's go! Hallo ihr YouTube-Freunde und Kamera-Enthusiasten. Heute geht es mal nicht unbedingt um ein Fotothema, sondern eher so ein bisschen mehr Richtung Video. Aber ich finde, dass man Foto und Video ja heutzutage auch nicht mehr unbedingt trennen kann, weil die meisten dieser tollen Kameras, die wir verwenden, drehen auch fantastische Videos. Und nachdem ich in den letzten drei Videos ja eher so ein bisschen auf den Lifestyle-Fotografie eingegangen bin und was man alles für tolle Fotos mit dieser Technik machen kann, soll es heute mal wieder ein bisschen um ein Technik-Thema gehen. Ihr seht, ich hab schon so ein paar Sachen hier auf meinem Tisch liegen und ich möchte euch heute mal ein paar Kameras vorstellen, mit denen man sehr gut Videos drehen kann für YouTube, aber auch Vlogs drehen kann. So wie ich es ja in den letzten drei Videos gemacht habe. Das hat ja eher schon so ein bisschen so ein Vlog-Style, auch wenn ich in dem einen Video ein Objektiv vorgestellt habe. Aber ich möchte euch auch gerne so ein bisschen zeigen, wie ihr das Ganze stabilisieren könnt, was ihr da für Möglichkeiten habt und wie ihr gegebenenfalls einen vernünftigen Ton hinbekommt. Wie eingangs schon erwähnt, drehen viele Leute ja sehr viel mit ihrem Handy, ich auch, weil das ist das Ding, was man einfach immer dabei hat. Da gab es nochmal so eine schöne Werbung, die beste Kamera ist die, die du immer dabei hast. Und das ist in der Tat so ein Smartphone, womit ich eigentlich auch schon mal irgendwelche Sachen im Auto gedreht habe. Mittlerweile drehe ich es mit einer anderen Kamera, die zeige ich euch gleich. Aber was ich ganz viel mache, wenn ihr euch meine Vlogs anguckt, das letzte Mal, beziehungsweise das erste Video aus meinen Portugal-Videos, da habe ich ein paar Timelapse-Videos reingeschnitten. Und die mache ich ganz häufig wirklich mit meinem, keine Werbung, iPhone. Andere können das natürlich auch, aber ich nutze das dafür. Wofür ich mein Smartphone auch oft nutze, ist es mit der Kamera zu verbinden, mit meiner Hauptkamera zu verbinden, um mein Bild damit zu kontrollieren. So wie ich es jetzt hier gerade mit meinem iPad tue. Ihr seht, ich habe mich hier auf dem Bild drauf. Was könnt ihr also tun, wenn ihr ein bisschen ein besseres Bild haben wollt, vielleicht sogar ein bisschen stabilisierteres Bild haben wollt und nicht unbedingt mit eurem Smartphone aufnehmen möchtet oder das Smartphone für andere Dinge braucht? Dann kann ich euch eine ganz, ganz tolle Kamera empfehlen und das ist die kleinste. Mit der fangen wir gleich mal an. Natürlich könnt ihr auch mit der GoPro anfangen. Allerdings finde ich, GoPros haben immer so ein bisschen zu viel Verzerrung. Dann gibt es ja, oder gab es, die gibt es nicht mehr von Canon, diese Legria. Die fand ich halt sehr gut, weil die ein eingebautes Mikro hat, was ziemlich gut ist. Aber ich habe jetzt einige Videos gesehen von dem einen oder anderen Auto-YouTuber. Und wenn man dann Reviews macht von einem Auto und filmt ein Auto mit so einer Legria, sieht das Ding aus wie eine Tonne. Und das ist nicht so schön. Ich habe, das geht jetzt hier schon mal wieder aus, als Action Cam oder statt einer Action Cam habe ich, den habe ich ja auch schon mal vorgestellt, den DJI Osmo Pocket. Und das Ding benutze ich wirklich sehr, sehr, sehr häufig. Ihr seht, hier ist auch auf der Rückseite ein kleines Display drauf. Das ist sehr klein, aber um euch zu kontrollieren, ist das super. Wenn ihr hier den Knopf dreimal drückt, dann dreht sich die Kamera um und ihr habt eine super Vlogging-Kamera. Ihr könnt hier an diese Kamera auch so einen Deppenzept da dran machen. Wie heißt das? Selfie-Stick. Gibt es auch von DJI, wo ihr dann die Knöpfe auch unten direkt dran habt und könnt dann direkt so in die Kamera sprechen, könnt damit laufen. Und das Bild ist ziemlich stabilisiert. Das liegt halt da dran, dass ihr direkt in der Kamera verbaut oder die Kamera in einen Gimbal verbaut habt. Und das Ding ist wirklich klein, klappt sich automatisch zusammen und ihr steckt es so in die Jackentasche bzw. hier gibt es so eine kleine Hülle für. Das ist natürlich auch wirklich super. Hier gibt es ein kleines Teil für, was ich auch sensationell finde, weil der einzige Nachteil, den dieses Gerät hat, es hat kein WLAN. Also es verfügt nicht über ein eigenes WLAN, dafür gibt es für ein bisschen teuer 59 Euro oder 69 Euro, gibt es dieses WLAN-Teil. Das könnt ihr dann also hier unten drunter machen. Damit ist das Ganze mit dem Funkmodul verbunden, zieht sich den Strom hier aus dem Akku. Und ihr könnt das mit eurem Smartphone verbinden und könnt es irgendwo hinstellen und könnt euch quasi tracken lassen. Ihr könnt dann auf dem Smartphone einen kleinen Rahmen um euer Gesicht oder um euren ganzen Körper ziehen und könnt rumlaufen. Und das trackt euch eigentlich auf eine bestimmte Entfernung, verliert es euch schon mal, das müsst ihr dann so ein bisschen kontrollieren. Das nutze ich sehr gerne und sehr häufig. Also das ist für mich ein sehr gutes Tool, was ich wirklich gerne benutze, gerade im Auto. Wenn ich im Auto irgendwelche Labervideos drehe, habe ich einen Saugnapf in der Scheibe mit einer Halterung, wo ich das Drehen hängen habe. Ihr könnt auch Timelapses damit drehen, sehen auch super aus. Und ihr könnt auch, wenn ihr das Ding irgendwo draufstellt, halt diese bewegten Timelapses drehen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ihr wollt nun einen etwas besseren Mildlook haben und das Ganze soll so ein bisschen vielleicht leicht cineastischer aussehen. Das bekommt ihr natürlich mit solchen kleinen Sensoren nicht hin, wie auch die Sensoren in einer GoPro sind. Oder hiervon gibt es ja noch den Osmo Mobile. Das ist ja auch eine super Actioncam, die nicht ganz so eine tonnige Verformung hat. Und ich meine, die erschlagt mich nicht tot, die hätte sogar auch einen Mikrofoneingang. Ah ja, Mikrofoneingang. Das war am Anfang immer so ein bisschen das Ding, weil das Ding hat zwei Mikrofone, eins hier oben und eins da unten. Und das war alles, was ich an Mikrofon habe. Wenn ich also hier durch die Gegend gelaufen bin und habe hier so ein bisschen in die Kamera erzählt, dann war ich so ein bisschen angewiesen auf diese beiden kleinen Mikrofone. Und wenn dann das Ganze, wenn es ein bisschen gewindet hat, dann konnte man natürlich nichts machen. Da hat man die Windgeräusche natürlich auch gehört. Und da gibt es jetzt mittlerweile einen kleinen Adapter USB-C. Hier unten ist ein USB-C-Port drin, den steckt man hier rein und kann hier unten per Miniklinke ein Mikrofon anschließen. Aber die Mikrofone komme ich ganz zum Schluss dazu. Das ist nochmal ein gesondertes Thema. Wenn wir denn eine Kategorie teurer gehen, dieses Gerät kostet glaube ich irgendwas, ich habe 359 bezahlt, es kostet glaube ich nur noch 320, es ist ein bisschen günstiger geworden nach Weihnachten. Ist jetzt auch schon etwas über ein Jahr auf dem Markt, aber ich benutze das immer noch. Also das ist fast mein meistgenutztes Tool, mit dem ich so Vlogs und Videos drehe, wenn ich unterwegs bin. Dann kommen wir zur nächsten Fraktion, weil das ist auch eine ideale Sache eigentlich, gerade wenn man Vlogs dreht, eine Kompaktkamera zu nehmen. Da gibt es mittlerweile ganz, ganz tolle Kameras. Ich hatte schon mal eine zuvor und zwar das war die Canon G7X. Die war auch klein und hatte eine sehr kleine Naheinstellgrenze. Das heißt, wie dicht ihr ans Objekt dran kommt. Damit habe ich früher ganz häufig so Produktreviews gedreht oder so Close-Ups und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt mittlerweile auch eine Mark III von der G7X. Die soll aber auch wie die ersten beiden Versionen nicht so einen wirklich tollen Autofokus haben. Und da kommen wir einmal zur Sony-Fraktion, die ihr hier schon stehen seht. Da gibt es die nicht ganz günstige Variante, aber die RX100, mittlerweile die Mark VII. Die Mark V war schon eine ganz tolle Kamera. Die hatte noch einen brennweiten Bereich. Also die haben ja einen 1 Zoll Sensor drin. Wenn man den Crop rechnet, hat man ungefähr einen Bildausschnitt von 24x70 Millimetern. Seit der Mark VI, da bin ich nicht so ganz begeistert von, haben die einen quasi 24-200 von der Brennweite. Und das ist mir ein bisschen zu viel. Zumal die auch früher immer eine Blende 1.8 bis 2.8 hatten und jetzt dadurch eine Blende 2.8 bis 4.5. Das heißt, also nicht mehr ganz so lichtstärk. Wobei 2.8 ist schon noch ziemlich gut für so eine kleine Kamera. Aber ich brauche keine 200 Millimeter zum Vloggen, auf keinen Fall. Diese Kamera ist nicht ganz günstig, aber das hat auch einen Grund. Mittlerweile haben diese Kameras ein Touchscreen. Das war ja bei der RX100 5 noch so ein Thema. Die hatte noch keinen Touchscreen. Und damals habe ich gesagt, die erste Kamerafirma, die solch eine Kamera rausbringt mit einem Mikrofonanschluss, macht das Rennen. Ich glaube, die kennen die neue hat auch. Ich meine, die hätte auch einen. Aber wir wollen ja auch einen schönen Autofokus haben. Diese Kameras haben nämlich zum einen natürlich ein Club-Display, was natürlich auch mit Touch-Funktion ist. Das ganze Ding hat eine Gesichtserkennung. Und da kommt das Geile an diesen Kameras. Die Gesichtserkennung funktioniert fast genauso gut wie bei den großen Sony-Kameras. Und das ist wirklich der Hammer. Mit einer Gesichts-, mit einer Augenerkennung. Und das verbunden mit dem Tonanschluss, mit dem Mini-Klinke-Anschluss für ein Mikrofon. Da kann man eigentlich im Moment nichts verkehrt machen. Diese Kamera ist komplett manuell einstellbar. Das ist das Pendant von Canon natürlich auch. Es gibt, glaube ich, auch so etwas von Panasonic, glaube ich. Auch in einem ähnlichen Preisbereich wie die Canon. Diese Kamera liegt bei 1100 Euro. Das ist schon, da muss man schon erstmal ganz schön schlucken. Aber ihr könnt alles manuell einstellen. Die hat einen Einzell-Sensor drinne. Das heißt, ihr könnt mit der ISO auch, Also ich würde schon mal locker auf 1600 ISO gehen. Da denke ich mal, wird die Kamera kein Problem mit haben. Sie hat einen sehr, sehr, sehr guten Stabilizer. Und wenn ihr mal so drehen wollt und es ist euch immer noch nicht stabil genug. Jetzt nehme ich hier Video auf. Wenn ihr so aus der Hand dreht, dann könnt ihr natürlich auch hier einen kleinen Sucher ausklappen und könnt das ans Auge halten. Habt quasi an drei Stellen stabilisiert und könnt dann so eine kleine Kamerafahrt machen. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Also das ist auch gerade, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, wo wirklich krass die Sonne scheint. Und dann seht ihr oft auf diesen Displays nicht mehr so viel. Ihr könnt euch hier tastenfrei belegen. Ihr könnt hier diesen Ring frei belegen, ob ihr hier die Blende drauf haben wollt, ob ihr die ISO drauf haben wollt. Ob ihr die Schärfe drauf haben wollt. Weil wenn ihr manuell fokussieren wollt, auch das geht mit solch einer Kamera, dann könnt ihr das natürlich hier mit diesem Ring auch gerne tun. Aber ich überlege, ob ich zu der Kamera nochmal ein extra Video mache, weil die Kamera begeistert mich momentan wirklich sehr. Davon gibt es eine kleine Abwandlung. Beziehungsweise die Familie, die RX-Familie geht ein Stückchen weiter. Denn bereits vor zwei oder vor drei Jahren hat Sony eine RX-0 auf den Markt geworfen, die jetzt eine Nachfolger hat. Seit ungefähr einem Jahr die RX-0 Mark II, die jetzt auch ein Klappdisplay bekommen hat. Immer noch komplett wasserdicht ist mit einem 24mm Objektiv, einem 1 Zoll Sensor drin und einer feststehenden Blende 4. Diese Kamera ist wirklich super, weil die ist wirklich sehr robust, sehr stoßfest. Also wenn ihr das Ding in die Hand nehmt, dann habt ihr auch schon wirklich Qualität in der Hand. Ihr habt ein Klappdisplay und jetzt kommt der Knaller. Ihr habt einen Mikrofonanschluss. Allerdings kleiner Wermutstropfen. Wenn ihr den Mikrofonanschluss nutzt, müsst ihr hinten die Abdeckung aufmachen. Und damit ist die Kamera nicht mehr wasserdicht. Ich habe ein paar Videos damit gedreht. Ich wollte eigentlich letztes Jahr ein Review über die Kamera machen. Allerdings hatte ich sie nur für zwei Stunden und ich hatte meine Brille nicht dabei. Und da kommt der kleine Nachteil. Man kann dieses Display wirklich, also wenn man nicht so gut sieht, nur mit Brille lesen, wenn man es überhaupt lesen kann. Und so für alte Leute wie mich wird das denn wirklich schon ohne Brille schwierig. Ansonsten bietet so eine kleine Kamera eine sehr, sehr gute Bildqualität. Und ihr könnt eine ganze Menge damit machen, gerade wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr am Meer unterwegs seid, wenn ihr Segeln geht, Wassersport macht. Die Kamera ist wirklich wasserdicht. Ich blende euch mal ein paar Bilder davon ein, was ich damit schon gemacht habe. Die werde ich ja für mein Review sowieso nicht mehr verwenden. Und ihr könnt auch bei dieser Kamera alles manuell einstellen. Und diese beiden Kameras, und das finde ich auch bemerkenswert, haben komplett das Menü der größeren Sony Kameras übernommen. Natürlich habe ich hier jetzt fast nur Sony Kameras auf dem Tisch. Das liegt daran, dass ich hier so einiges zur Verfügung gestellt bekommen habe im Hinblick der Sony Alpha Days, die ja in den nächsten Wochen jetzt in verschiedenen Städten stattfinden, wo ich auch zugegen sein werde und so ein bisschen über das Thema Vlogging auch beraten kann. Aber es sei gesagt, es gibt natürlich auch noch andere tolle Kameras. Allerdings hat Sony in dem Bereich gerade für Videoleute, Filmer, YouTuber, Vlogger in letzter Zeit sehr viel richtig gemacht. Unter anderem auch mit solch einer Kamera hier. Das ist die A6400. Die hatte ich ja auch schon mal hier auf dem Tisch, allerdings mit anderen Objektiven. Jetzt habe ich hier ein 10 bis 18 Millimeter. Mit Crop entspricht dann ungefähr einem Bildausschnitt von 15 bis 28 Millimeter. Und das ist schon wirklich weitwinklig. Ihr solltet ein bisschen darauf achten, gerade speziell, wenn ihr Vlogs macht, braucht ihr ein etwas weitwinkligeres Objektiv. Weil wenn ihr euch selber filmt, dann müsst ihr natürlich, wollt ihr natürlich die Kamera nicht so weit weghalten. Zu den Stabilisierungen und wie man diese Kamera hält, da kommen wir gleich noch so ein bisschen zu. Aber ihr wollt natürlich nicht so einen Kilometer langen, vielleicht habt ihr auch gar nicht so einen langen Arm. Deswegen ist ein etwas weitwinkligeres Objektiv von Vorteil. Allerdings nicht zu weitwinklig, sonst sieht euer Kopf aus wie aus einem Comic. Wenn ihr also eine Kamera mit Wechselobjektiv bevorzugt und noch nicht so viel Geld ausgeben möchtet, dann gibt es dort eine Lösung wie zum Beispiel diese A6400. Und mit diesem 10 bis 18 Millimeter Objektiv, das hat eine feststehende Blende von F4. Das heißt, wenn ihr ranzoomt, geht die Blende nicht zu. Wenn ihr günstigere Objektive, wie hier, wo habe ich es, das KIT Objektiv habt, das ist ein 16 bis 50 Millimeter und das hat eine Blende 3,5 bis 5,6. Das bedeutet, wenn ihr zoomt, dann geht die Blende zu. Also wenn ihr die ganz offen habt, die Blende hier, sprich 3,5, dann geht die mit dem Ranzoomen zu. Das Schöne bei diesem Objektiv finde ich gerade für Video, dass hier so eine kleine Zoom-Wippe dran ist. Das finde ich sehr nice. Vorteil von solchen Systemkameras ist natürlich, dass ihr euer Objektiv wechseln könnt, dass ihr auch andere Objektive, wenn ihr später mal ein bisschen mehr Geld habt, dass ihr euch auch mal ein besseres Objektiv dazu kaufen könnt mit einer größeren Blendenöffnung wie eine 1,4 oder eine 1,8 oder ein Zoom mit einer durchgängigen 2,8er Lichtstärke, die dann natürlich ein bisschen größer sind, die fest von Weitem Gehen, also gerade im 1,8er Bereich, da habt ihr nicht so viel Glas dann. Ansonsten habe ich zu dieser 6.000er Serie, zu der aktuellen, ja auch schon mal ein Video gemacht. Das zeige ich euch hier mal. Und das könnt ihr euch dann mal anschauen. Ich will jetzt nicht so sehr auf die Geräte eingehen. Vorteil ist ganz einfach, ihr habt hier schon sehr viel Technik drin. Der Body alleine kostet um die 900, zwischen 900 und 950 Euro aktuell Straßenpreis. Und ihr habt einen sehr kleinen Body mit einem APS-C-Sensor. Der APS-C-Sensor ist auf jeden Fall größer als der 1-Zoll-Sensor, der in diesen Kameras drin ist, aber etwas kleiner als in Vollformat-Kameras, zu denen wir gleich noch kommen. Dadurch habt ihr natürlich den Vorteil, dass gerade wenn ihr auch eine größere Blendenöffnung habt, dass ihr ein bisschen mehr Freistellung, also das, was man ja gerne heutzutage haben will, dass wirklich die Person scharf ist und der Hintergrund unscharf ist, dass ihr sowas mit diesen Kameras hinbekommt. Auch bei solchen Kameras haben wir natürlich einen Mikrofoneingang und können damit dann also auch wirklich gute Audioqualität aufnehmen. Wir können den Pegel kontrollieren hinten auf dem Display. Wir haben einen Sucher, müssen also nicht über das Display arbeiten. Und wir haben die Möglichkeit bei dieser Kamera speziell das Display nach oben zu klappen und uns also auch so zu filmen, wie es ja gerade im Vlogging-Bereich auch üblich ist, dass man auch das Bild dann kontrollieren kann. Wir haben ein Touchscreen, wo wir den Fokus quasi mit steuern können. Leider nicht das Display Sony, so gerne ich euch mag. Ihr solltet den Touchscreen doch mal so langsam etwas überarbeiten, dass man auch im Menü scrollen kann. Das ist das, was bei Sony bisher immer noch nicht geht, aber ihr könnt zum Anfokussieren hier auf den Touchscreen tippen und das funktioniert. Die hat eine sehr, sehr, sehr gute Gesichtserkennung beim Fotografieren, auch einen Tracking-Modus. Und solch eine Kamera ist sowohl zum Fotografieren als auch zum Filmen sehr, sehr gut. Das Einzige, was mir jetzt gerade wieder auffällt, hört ihr es? Wenn ihr euch so eine Kamera kauft, gerade von Sony, die lassen immer hier diese Gurtschnapsel-Dinger dran. Macht sie bitte ab, wenn ihr damit filmen wollt, weil gerade wenn ihr ein Mikrofon oben drauf habt, dann hört ihr hier jedes Geräusch. Dann baue ich mal gerade noch mal eine etwas klassische Lösung mit ein, bevor ich zu den Vollformat-Kameras komme, die hier qualitativ natürlich die höchste Liga, sage ich mal, darstellen. Da gibt es auch, ich glaube, ungefähr im 800-Euro-Bereich natürlich immer noch die klassische Videokamera. Hier habe ich eine von Sony, die AX53. Und die ist, das hört man auch schon, wenn man die so ein bisschen bewegt, da bewegt sich auch was in der Kamera. Und diese Kamera soll einen sehr, sehr guten Stabilizer drin haben. Das heißt, wenn ihr Run and Gun shooten wollt, nicht viel einstellen wollt und nicht so viel damit beschäftigen wollt und trotzdem eine vernünftige Qualität haben wollt und ein optimal stabilisiertes Bild haben wollt, ist solch eine Kamera immer noch zu empfehlen. Ihr habt ein großes Display, mittlerweile auch ein Touch-Display. Ihr könnt 4K mit solch einer Kamera aufnehmen und ihr müsst wirklich nicht viel einstellen. Ihr packt eine Speicherkarte rein, rennt los. Nachteil von solchen Kameras ist, dass die nicht so mega weitwinklig sind, obwohl wenn ich jetzt hier so schaue, das geht eigentlich. Das war früher schlimmer. Und ihr habt auch das Display hier zum Schwenken, um euch zu kontrollieren. So eine Kamera ist jetzt natürlich nicht wirklich klein und ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, wie lange, ich habe sie jetzt noch nicht getestet. Ich weiß nicht genau, wie lange solch ein Akku hält. Früher war das bei den Videokameras so, dass die Akkus nicht so wirklich lange gehalten haben. Aber das ist natürlich so ein bisschen Touristen-Style hier und kann man aber auch immer mal dabei haben. Ganz abschreiben würde ich sie nicht, also gerade speziell, wenn ihr nicht fotografiert, dann kann man sowas immer noch nehmen. Bei mir ist ja die Sache, dass eine Kamera nicht nur für mich zum Videofilmen oder zum Fotografieren ist, sondern für beides. Ich muss immer irgendwo auch eine Zwischenlösung, früher war es eher mal auch eine Kompromisslösung finden, dass ich wirklich auch mit der Kamera Videofilmen kann, sowie fotografieren. Denn fotografieren ist mein Hauptjob. Filmen auch. Da war es früher halt immer so, dass ich immer zwei Kameras für die jeweilige Anwendung brauchte. Mittlerweile hat sich da so ein bisschen was geändert und ich arbeite mit solchen Kameras wie hier zum Beispiel einer Sony A7 III, die wirklich auch super Videofilmen. Ja, ich weiß, nur 8 Bit, aber mich stört es nicht. Ich habe es bisher noch nicht gesehen und letztlich wird es der Kunde auch nicht sehen. Und wenn ich 10 Bit drehen möchte, packe ich einen Atomos oben drauf und kann immer noch 10 Bit drehen. Diese A7 III ist eine Vollformat-Kamera. Die Kenner von euch werden es wissen, was das bedeutet, aber ich zeige es euch auch nochmal. Und zwar haben wir hier ja die APS-C Kamera und hier die Vollformat-Kamera. Und ihr seht, ich halte es jetzt mal so ein bisschen vor meinem Gesicht, da habe ich die Gesichtserkennung, das nicht so. Und, na, ich muss es doch so machen. Und ihr seht vielleicht schon, dass die Sensoren doch ein bisschen eine unterschiedliche Größe haben. Das heißt, die Vollformat-Kamera hat natürlich einen wesentlich größeren Sensor. Wozu brauche ich jetzt einen größeren Sensor? Grundsätzlich brauchen ist immer so eine Sache. Ein größerer Sensor bekommt natürlich auch ein bisschen mehr Licht. Ihr könnt die ISO ein bisschen höher drehen. Er hat ein besseres Rauschverhalten. Denn wenn man diese beiden Kameras vergleicht, 24 Megapixel haben beide. Und wenn dann beide mit dem kleinen Sensor und mit dem großen Sensor mit der gleichen ISO wird, natürlich habt ihr eine wesentlich höhere Pixeldichte mit dem kleineren Sensor. Wobei das mittlerweile auch schon wirklich gut geworden ist, auch bei den APS-C Sensoren. Im Weitwinkelbereich ist es bei den Vollformat-Kameras ein bisschen vorteilhafter. Ich habe hier jetzt zum Beispiel einen 28mm drauf. Ihr seht, wie schön klein dieses Objektiv ist. Das nutze ich auf der Kamera eigentlich sehr, sehr viel, gerade zum Videofilmen. Und da ist es im APS-C Bereich schon so ein bisschen anders. Denn ihr habt einen Crop-Faktor von 1,5. Das heißt, wenn ihr hier mit 18mm filmt oder fotografiert, dann müsst ihr die 18mm mal 1,5 rechnen. Das heißt, 18mm wären in dem Fall 28, 27, 28mm bzw. 10mm sind dann 15mm. Wenn ihr solch ein Objektiv auf einer Vollformat-Kamera habt, sind 10mm auch wirklich 10mm. Das heißt, ihr habt darauf einen Ultra-Weitwinkel. Zudem hat diese Kamera jetzt auch einen stabilisierten Sensor. Das hat die A6400 nicht. Wenn ihr das bei so einer kleinen Kamera haben wollt, dann müsst ihr zu der A6600 oder eine ältere A6500 gehen. Dann habt ihr auch einen stabilisierten Sensor. Aber wir haben hier genauso auch die Gesichtserkennung drin, den Augen-Autofokus, der allerdings hier bei dieser Kamera nur für Foto funktioniert und noch nicht für Video. Die neueren Modelle ab der A7R IV haben dann einen Augen-Autofokus für Video. Solche oder ähnliche Modelle gibt es natürlich auch immer von anderen Marken. Das möchte ich dazu sagen. Das ist kein Sony-Werbevideo. Ich habe halt nur die Sony-Produkte jetzt gerade hier liegen. Auch hier gilt natürlich, ich habe eine sehr, sehr große Auswahl von Objektiven. Hier steht zum Beispiel gerade mein 55mm 1,8. Und da auf der Kamera habe ich 35mm mit einer offenen Blende 1,4 zum Beispiel. Und damit könnt ihr natürlich schon wirklich sehr schöne, sehr cineastische Aufnahmen machen. Und das Schöne dabei ist, ihr könnt hier auch mit bis zu 120 Frames in Full-HD-Filmen, könnt sehr, 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 sehr schöne, super Zeitlupen machen. Ihr seht das in dem Video, wo ich in Nazare bin und die Surfer fotografiere, wo ich gefilmt habe. Und da blende ich es euch auch nochmal ein. Da bin ich einmal in die super Zeitlupe gegangen, wie der Surfer da wirklich so aus dieser Welle rausspringt. Und sowas ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist dann wirklich, wenn ihr schon ein bisschen fortgeschritten seid und speziellere Sachen machen wollt. Kommen wir mal dazu, wie wir das Ganze stabilisieren können. Weil da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da gibt es so einen YouTuber namens Casey Neistat. Der hat eine Sache etabliert, nämlich diesen Gorilla-Pod. Der ja eigentlich dafür da war ursprünglich, um seine Kamera auch mal irgendwo an einem Geländer festzumachen. Das seht ihr hier in meinem Porto-Video. Da hatte ich nämlich nur dieses Ding mit und habe die Kamera einfach irgendwo an einem Geländer festgemacht. Und das ist so biegsam. Und der hat sich einfach, der Casey hat sich einfach diesen Gorilla-Pod vor zig Jahren schon genommen. Hat die Kamera hier drauf geschraubt. Und das hätte ich eigentlich auch schon mal machen können. Ich empfehle euch, wenn ihr Stative benutzt, immer Münzen dabei zu haben. Gerade bei dem Gorilla-Pod. Ich habe jetzt zwei Versionen hier. Ich habe jetzt eine dünnere Version, die wirklich hier für solche kleineren Kameras auch gut ist. Und ich schraube es jetzt mal nicht drauf, weil ich habe noch was anderes da für euch. Und das ist die dickere Version, die kann bis zu zwei oder sogar bis zu drei Kilo tragen. Und das Ding habe ich mir natürlich gekauft für meine etwas größeren Kameras. Die sind aber auch ein bisschen robuster, weil das ist schon sehr dünn. Und ich habe einen Kopf drauf mit einer Stativplatte. Hier muss man die Kamera direkt auf den Stativkopf schrauben. Ich möchte die aber gerne immer mal schnell abmachen. Deswegen habe ich das gerne so mit dem Stativkopf. Und dann könnt ihr Display hochklappen und dann seht ihr häufig mal die YouTuber so durch die Stadt rennen und etwas in die Kamera erzählen. Und das ist eine ganz gute Sache. Stabilisiert einfach so ein bisschen den Ellenbogen hier und wenn ihr lauft. Das Wichtige ist, wenn ihr jetzt eine A6400 oder eine A6100 holt oder eine ältere A6300 natürlich auch. Die hat keinen stabilisierten Sensor. Holt euch da noch ein stabilisiertes Objektiv dazu. Das ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Sache. Und es ist besser, als wenn ihr die Kamera immer so halten müsst. Das ist bei so einer kleinen Kamera okay. Diese ist halt schon gerade auch aufgrund der Optik ein bisschen schwerer. Und ihr habt halt den Vorteil, wenn ihr Aufnahmen machen wollt, wo ihr zum Beispiel mal durchs Bild lauft oder die Kamera jetzt nicht halten könnt. Dann klappt ihr das einfach hier aus und stellt euch die Kamera hier so auf den Tisch. Und man kann die dann hier schön mit diesem Stativkopf noch ein bisschen ausrichten. Das ist hier unten, die hat so Gummifüße und dann steht das eigentlich. Das ist eine tolle Sache. Da gibt es aber jetzt speziell von Sony nochmal eine Sache, die mich echt begeistert hat. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Und zwar gibt es hier einen Griff, der Bluetooth-fähig ist. Das heißt, ihr könnt die Kamera hier drunter schrauben und habt hier an der Stelle, habt ihr gleich eure Bedienelemente. Ihr könnt irgendwie Fotos machen. Ihr könnt Movie auslösen. Ihr habt hier eine Taste, die ihr frei belegen könnt. Und ihr könnt zoomen hiermit. Das geht natürlich hauptsächlich für diese Kameras, die auch einen elektronischen Zoom haben. Ich müsste mal ausprobieren, ob es für dieses Objektiv geht, weil das hat ja auch einen elektronischen Zoom. Ich habe es bisher nur an der RX100 ausprobiert. Und das funktionierte auch schon ziemlich cool. Und es ist nicht so lang wie so ein Gorilla-Pod jetzt hier. Aber ihr könnt dann auch wirklich, ich klappe jetzt mal wieder hier das Display aus. Akku ist erschöpft. Super. Und könnt also auch euch hier super sehen. Könnt die Kamera hier bedienen. Könnt vielleicht ein bisschen ran zoomen oder ein bisschen raus zoomen. Und das Schöne bei der ganzen Sache ist, ihr könnt hier unten das ausklappen. Und könnt die Kamera auch einfach mal irgendwo hinstellen. Oder wenn ihr jetzt hier am Tisch sitzt, stellt ihr die Kamera so vor euch und filmt euch einfach. Ist natürlich eine nicht ganz so preisgünstige Sache. Dieser Griff kostet, ich meine sogar an die 200 Euro. Guckt mal im Netz. Dafür habt ihr natürlich ein schönes Stück Elektronik. Wahrscheinlich bekommt man den auch irgendwo günstiger. Also der mit Kabel, es gibt so einen auch nochmal mit Kabel, dass man den dann mit dem Kabel, mit der Kamera verbindet. Und der kostet um die 100 Euro. Und ich meine, ich hätte gesehen, dieser hier kostet um die 200 Euro. Also hier ist auch ein Knopf, dass man hier den Kopf hier so ein bisschen bewegen kann. Und hier kann man das so ein bisschen einstellen, ein bisschen stärker und ein bisschen schwächer. Also tolle Sache. Dann habe ich noch eine Sache, die ich speziell für Videoproduktionen sehr, sehr häufig benutze. Natürlich habe ich auch einen großen Gimbal, aber rein für Vlogs empfehle ich euch nicht unbedingt so mit dem Gimbal rumzulaufen und euch selber zu filmen. Ihr habt natürlich super die Kamera stabilisiert, aber das ist auf die Dauer dann auch schon wirklich schwer. Wenn ihr natürlich jetzt hier Bodybuilder seid, Sport-Youtuber oder so, dann ist das vielleicht für euch kein Problem. Ich finde es auf die Dauer ein bisschen schwer und nehme für solche Sachen eigentlich nicht den Gimbal. Den Gimbal habe ich dann wirklich für Videoproduktionen, wo ich dann wirklich auch meine stabilisierte Kamerafahrt mache, die dann aber nicht länger als eine Minute, zwei, drei oder ein paar Minuten geht. Was ich sehr, sehr häufig benutze, ist ganz einfache Lösung, ein Einbeinstativ. Da habe ich hier auch echt noch ein altes. Das hat hier unten aber schon so einen schönen Fuß. Der ist wirklich, ich stelle es mal hier so drauf und der Fuß bleibt also wirklich auch stehen, wenn man das schwenkt. Da gibt es mittlerweile wirklich auch noch bessere, die Ausklappfüße haben, wo man das Einbeinstativ dann auch wirklich mal echt so hinstellen kann. Das geht hiermit jetzt natürlich nicht. Dann habe ich hier jetzt meinen Videokopf drauf. Ich fahre das Einbeinstativ noch einmal ein bisschen länger aus. Dann habe ich hier mein Videokopf oben drauf und kann die Kamera jetzt also hier einmal drauf klemmen. Und habe hiermit also die Möglichkeit, solch ein Videokopf, ich habe jetzt hier den von Manfrotto. Ich habe noch das ältere Modell, gibt es jetzt ein neueres Modell von, verlinke ich euch auch einfach mal unten in der Beschreibungsbox. Und ihr könnt einfach hier solche Fahrten dann machen. Ich mache es mal so, dann fahre ich auch nicht aus der Kamera raus. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier so einen Tisch aufnehmen wollt, stabilisier das unten mit dem Fuß dann immer mal. Und dann könnt ihr wirklich auch so sehen, dass ihr auf eurem Objekt bleibt und der Kopf fährt einfach mit. Und diese speziellen Videoköpfe sind fluidgelagert. Das heißt, es ist eine Flüssigkeit, ein Öl oder sowas drin, was denn auch wirklich solche schönen, langsamen Bewegungen möglich macht. Man kann das dann auch noch einstellen, ob es ein bisschen fester oder ein bisschen loser sein soll. Und genauso kann man, wenn man das dann auf dem Dreibandstativ hat, das dann auch hier seitwärts drehen. Und das geht dann auch sehr smooth und das, also wenn man Video filmt, sollte man schon so einen Kopf haben. Ich habe mich gewundert, ich habe irgendwie echt noch viel Geld für den damals bezahlt. Den habe ich aber auch schon lange, den Kopf. Und der kostet, glaube ich, nur noch 98 Euro, der Manfrotto. Ich verlinke euch den auch unten nochmal rein. Also Videokopf mit meinem Einmalstativ. Holt euch nicht so einen Scheiß-Einbein-Stativ. Holt euch da schon was Vernünftiges. Da gibt es auch was von Manfrotto. Wie gesagt, meins ist ein bisschen älter. Deswegen ist das jetzt auch so, naja, also. Aber da gibt es schon tolle Sachen mittlerweile. Kommen wir zum Ton. Und der Ton ist fast genauso wichtig wie das Bild. Wenn die Leute euch gut sehen und nicht hören können, bringt das keinem was. Weil was nutzt es den Leuten euch zu sehen, wenn sie euch nicht verstehen. Gerade wenn ihr ein bisschen was zu sagen habt oder ihr wollt ein bisschen was erklären und so weiter. Dann braucht ihr einen vernünftigen Ton. Diese Kameras haben allesamt natürlich Mikrofone eingebaut, die teilweise auch nicht so schlecht sind. Selbst das Mikrofon in diesem kleinen Osmo Pocket ist gar nicht so übel. Da habe ich auch schon viel aufgenommen mit. Man muss es ganz häufig beim Schnitt hinterher dann auch nochmal nachbearbeiten. Also den Ton nachbearbeiten. Ich lege immer einen Kompressor drauf und so weiter. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Selbst hier ist eine kleine Kamera bei. Wobei man wirklich sagen muss, wenn ihr mit der Kamera unter Wasser wart, ist dieses kleine Mikrofon erstmal verstopft. Genauso ist es, wenn ihr mit dem Smartphone, die ja auch mittlerweile häufig wasserdicht sind, unter Wasser geht. Dann müsst ihr, da gibt es eine App übrigens für. Das blende ich euch dann auch nochmal ein. Da kann man eine Frequenz durchschicken, dann pustet ihr quasi über diese Frequenz das ganze Wasser aus dem Smartphone raus. Wenn wir hier zum Beispiel bei der RX100 Mark IV sehen, da sind die Mikrofone. Das ist natürlich Stereo-Mikrofon rechts und links. Und die sind halt hier oben. Das hatte ich bei der Canon auch. Die lagen da aber ein bisschen dichter zusammen, weil die Canon hier keinen Sucher hatte. Da war der kleine Blitz an der Seite. Und dann habe ich mir hier so einen kleinen Pelz drüber gemacht mit Klittverschluss, dass man die Windgeräusche halt nicht hörte. Das sind die Nachteile, wenn man diese Mikrofone halt nutzt. Sobald es ein bisschen windiger wird, hört ihr immer Puff, Puff, Puff. Und das will eigentlich kein Mensch hören. Das nervt eigentlich nur. Und das hat man beim Handy genauso. Aber ihr könnt mittlerweile am Handy auch Mikrofone anschließen. Und da zeige ich euch gleich nochmal so ein paar. Also die Kameras haben natürlich alle eingebaute Mikrofone. Solch eine Videokamera hat ein etwas größeres eingebautes Mikrofon. Hat auch ein bisschen mehr Platz. Und hier sind diese Standard-kleinen Mikrofone, wo ihr dann halt immer nur diese kleinen Löcher habt. Klingt aber meistens auch nicht so schlecht heutzutage. Was könnt ihr also machen, damit es besser klingt? Ich habe hier mal eins, das habe ich nämlich gerade hier liegen. Normalerweise habe ich auch das rote Videomic noch. Ist ungefähr die Größe, ein bisschen größer sogar. Die sind hier so ein bisschen stabilisiert auch schon, damit man keine Geräusche hört von der Bewegung. Da ist so eine Art Spinne, nennt man das, drinne. Das ist so ein bisschen gummigelagert. Und dann hört man halt keine Bewegungsgeräusche in diesen Mikrofonen. Und das sind Richtrohr-Mikrofone. Wenn ihr solch ein Mikrofon also auf die Kamera steckt und hier anschließt, dieses muss man wirklich noch per Kabel anschließen. Da gibt es von Sony aber auch Lösungen, die hier über den Hotshoe dann connected werden, dass ihr hier kein Kabel anschließen müsst. Und dann habt ihr natürlich den Nachteil, dass ihr euch nicht mehr so richtig auf dem Display sieht. So ein bisschen. Also ihr könnt natürlich so da reinsprechen. Diese Richtrohr-Mikrofone nehmen alles auf, was direkt auf sie zukommt. Ihr könnt auch ein bisschen weiter weggehen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Wenn ihr jetzt einen Interviewpartner habt, der neben euch steht, dann macht ihr das ungefähr so ein bisschen so in die Mitte oder schwenkt immer so ein bisschen leicht hin und her. Da gibt es auch die Richtrohr-Mikrofone, die man auch in der Hand halten kann. Da kann man dann auch schön Interviews machen. Aber die sind halt wirklich gerichtet. Da kommt der Ton wirklich direkt aus der Richtung in das Mikrofon rein. Ihr seht schon, hier ist so ein kleines Plüschtier schon drübergezogen. Oft ist es meist nur ein Schaumstoff, der halt ab Werk mitkommt. Hier ist schon so eine kleine Dead Cat, so eine kleine tote Katze oder ich sage dazu Zwellch drübergezogen. Das ist, um Windgeräusche zu minimieren. Und das funktioniert in der Regel auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Da fängt sich der Wind halt eher in diesen Haaren und wird nicht auf das Mikrofon übertragen. Und das kann ich euch wirklich immer empfehlen, wenn ihr draußen seid. Ihr habt gehört, als ich in Portugal war und die Surfer fotografiert habe, da hört man bei den meisten Aufnahmen keine Windgeräusche, außer als der Akku von meinem Mikrofon leer war und ich nur hier wirklich mit dem Osmo Pocket über die eingebauten Mikrofone aufgenommen habe. Da gibt es jetzt also, wie gesagt, hier auch eine Lösung von Sony. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich habe das noch nicht getestet. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das in Ordnung ist oder dass es gut ist. Ich habe was ähnliches von Rode. Da gibt es das VideoMic Pro für um die 100 Euro. Das kann ich euch sehr empfehlen oder sogar unter 100 Euro mittlerweile. Das habe ich immer noch, weil ich die Qualität wirklich gut finde. Aber das ist halt recht groß. Dann gibt es ein VideoMic Pro. Das ist ein bisschen kleiner, kostet aber so 180 Euro, ist dann aber nur noch so lang. Das ist auch irgendwie eine ganz, ganz tolle Sache. Aber Ton ist auch nicht wirklich günstig. Den Preis von diesem weiß ich jetzt leider nicht. Dann habe ich noch eine andere Lösung. Also bisher habe ich sehr, sehr häufig mit diesen Geräten aufgenommen. Da habe ich hier, seht ihr so ein kleines Mikrofon, könnt ihr das sehen. Hier habe ich so ein kleines Mikrofon. Das nennt sich Lavalier-Mikrofon. Aber diese Teile sind auch schon nicht so klein. Ich habe hier dieses von Saramonic. Das ist so, boah, das kostet 100 Euro. Also 100 Euro ist für solch eine Funkstrecke nicht viel Geld und es klingt halt auch nicht so toll. Ich habe das jetzt benutzt auch wieder. Ich benutze es eigentlich gar nicht mehr mittlerweile, weil ich mir was Besseres gekauft habe. Das liegt jetzt allerdings hier auf dem Tisch, weil ich es euch zeigen wollte und weil der Akku leer war. Das ist das Rode Wireless Go. Das ist ein Sendesystem mit Sender und Empfänger und das ist wirklich, guckt euch das an, wie klein das ist. Da gibt es auch mehrere Tests mittlerweile schon drüber. Ich habe darauf verzichtet, nochmal ein Review zu drehen, weil das schon sehr, sehr viele YouTuber mittlerweile getestet haben. Das kostet auch so um die 200 Euro. Da sind diese beiden Teile bei in so einem Täschchen hier mit dem Kabel. Dann schließt ihr das eine Teil an die Kamera an. Das könnt ihr dann hier oben auch drauf stecken, wenn ihr das mögt. Wenn ihr das Display aber hochklappen wollt, würde ich euch empfehlen, dass ihr das nicht oben drauf steckt, sondern dass ihr das hier so an die Seite klemmt. Ihr habt hier ein kleines Display, da seht ihr auch euren Tonpegel dann nochmal, der ins Gerät geht. Ihr müsst euren Tonpegel aber immer hier hinten auf der Kamera nochmal überprüfen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das Display halt wieder nach oben zu klappen und euch zu sehen. Das nutze ich mittlerweile auch, wenn die Batterie nicht leer ist, an meinem Osmo Pocket. Wie ich euch eben gezeigt habe, habe ich dieses kleine Adapterstück. Dann kann ich das hier unten dran machen, stecke ich das hier unten rein und klemme das dann genauso auf hier an das Kabel dran und habe auch einen super Ton an diesem kleinen Osmo Pocket. Der Sender ist nicht nur ein Sender und deswegen liebe ich das Ding noch mehr. Das ist auch das Mikrofon. Also ihr braucht kein Lavalier-Mikrofon wie hier, denn hier ist ein fantastisches Mikrofon drinne und das klingt wirklich super. Wenn ihr Windgeräusche habt, dann gibt es hier so einen kleinen, okay, das fällt auch schon mal ab, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, aber das könnt ihr dann hier oben so draufstecken. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Wie gesagt, in meinen Portugal-Videos habe ich eigentlich immer hier das dran und dann habe ich mir das irgendwie hier irgendwo dran gesteckt. Seht ihr, das fällt schon wieder ab. Das bemängeln die meisten, dass das hier halt nicht so fix ist. Aber da sind zwei Stück von dran, also wenn ihr einen mal verliert, habt ihr auch einen zweiten Pelz hier nochmal, zweiten Svelch dann dabei. Und das könnt ihr euch nicht nur dran, könnt ihr auch, wenn ihr Interviews macht, könnt ihr so reinsprechen, könnt eurem Interviewpartner das unter die Nase halten und das funktioniert echt super und das klingt fantastisch. Und wenn ihr euch nicht dieses dicke Ding an den Kragen stecken möchtet, weil es so groß ist, ich habe jetzt auch gemerkt, dass manchmal, wenn ich es an den Kragen gesteckt habe von der Jacke, dann klappt das dann schon mal um, weil das ist natürlich ein bisschen schwerer als ein Lavalier-Mikro, gibt es hierfür auch nochmal für um die 60 Euro von Rode solch ein Lavalier-Mikro. Ihr müsst aufpassen, dass das hier nur zweipolig ist und nicht dreipolig und das könnt ihr dann auch hier reinstecken. Und könnt euch das hier irgendwo an die Hose klemmen und habt quasi ein Lavalier-Mikro. Hier gibt es übrigens auch so einen Svelch für, den man hier so drüber machen kann. Und dann hat man eigentlich auch den besten Windschutz. Dann möchte ich euch zu guter Letzt noch eine Sache zeigen und zwar ist das ein Aufnahmegerät. Ihr seht, ich habe hier auch ein Puzzle obendrauf, denn ich benutze das dann auch zuweilen mal draußen, aber nicht nur. Das hat ein Stereo-Mikro. Also hiermit kann ich auch sehr, sehr gut Veranstaltungen aufnehmen. In Stereo, das nennt man XY-Mikrofonierung oder ich kann es Stereo nach außen klappen. Ich finde das Ding ziemlich gut. Es ist zwar griffempfindlich, also wenn man bei der Aufnahme das anfasst, sollte man sich nicht zu sehr bewegen, weil das hört man alles in den Mikrofonen. Aber das hat einen sehr, sehr, sehr guten Sound. Und bevor ich mein großes Großmembran-Mikro, wenn ich Sachen aus dem Off spreche, dann aufbaue, nehme ich mittlerweile wirklich ganz häufig das, weil das habe ich auch dabei, wenn ich unterwegs bin. Und dann habe ich das nicht nur als Windschutz, sondern wenn ich wirklich so reinspreche, habe ich das auch als Pop-Schutz. Nicht lachen, das heißt wirklich so, dass ich wirklich diese Pop-Bewegungen, dass die nicht mit auf die Aufnahme oder nicht so stark mit auf die Aufnahme kommen. Und das zieht man halt hier drüber. Hier könnt ihr auch nochmal ein externes Mikrofon anschließen. Und das könnt ihr auch für Interviews, wenn ihr nachvertonen wollt, für Interviews dann nehmen. Und könnt das auch, das sieht man auch häufig, dass bei Interviews den Leuten so ein Gerät unter die Nase gehalten wird. Und wenn ihr Musiker seid, gibt es hier unten noch zwei XLR-Eingänge, zwei Klinken-Eingänge. Das heißt, ihr könnt auch eure Gitarre hier anschließen oder euer großes externes Mikrofon. Und könnt hier auch einen Kopfhörer anschließen. Hier ist eine SD-Karte drin, auf die aufgenommen wird. Und das ist eigentlich, verlinke ich euch auch einfach nochmal unten in der Beschreibungsbox. Wie alle diese Sachen, die ihr hier seht, die findet ihr alle unten in der Beschreibungsbox. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Empfehlungen aussprechen. Wie gesagt, es gibt nicht nur Sony. Natürlich, ich arbeite allerdings gerne mit Sony, weil diese Kameras doch schon auf einem sehr, sehr hohen Entwicklungsstand sind. Und sehr, sehr viele Vorteile bieten. Speziell im Bereich Autofokus. Und wenn ihr ältere Videos von mir seht, die ich noch mit einer anderen Kamera aufgenommen habe, wo ich dann den Autofokus genutzt habe, wo es eigentlich ja auch schon eine Gesichtserkennung gab. Da haben immer wieder Leute drunter geschrieben, ey, dein Autofokus pumpt und ich weiß, ich weiß. Aber wenn man sich alleine filmt, ist es halt nicht immer so möglich, den manuellen Fokus so einzustellen. Die Kamera steht jetzt ungefähr anderthalb bis zwei Meter von mir entfernt. Und da ist es halt sehr schwer, den Autofokus dann einzustellen. Ich habe da Tricks schon gemacht, dass ich hier einen Besenstiel hingestellt habe an die Stelle, wo ich stehe oder sitze und dann darauf den Autofokus eingestellt habe. Da müsste man dann ein bisschen, nicht den Autofokus, den manuellen Fokus eingestellt haben. Da muss man dann halt immer ein bisschen tricksen. Seit ich mit diesen Sony Kameras halt arbeite, soll keine Werbung sein. Nein, aber ich bin halt einfach wirklich begeistert davon. Brauche ich das nicht mehr? Ich habe eigentlich in 99 Prozent aller Fälle den Autofokus, den Fokus scharf und ich kann mich auch wirklich hier so ein bisschen bewegen. Vielleicht kann sein, dass eben mal einmal der Autofokus ein bisschen weg war, weil ich den falschen Autofokusbereich ausgewählt hatte. Das werde ich aber gleich nochmal in der Aufnahme sehen. So ihr Lieben, welche Kamera wäre also die richtige für euch? Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare, ob hier ein bisschen was schon für euch bei war oder ob ihr vielleicht eine komplett andere Kamera präferiert, eine andere Marke. Denkt bitte immer daran, eine Kameramarke ist keine Religion. Jeder Fotograf, jeder Videofilmer braucht was anderes, hat andere Einsatzgebiete und braucht dafür andere Spezifikationen. Naja, würde mich mal interessieren, was für euch das Richtige wäre, worauf ihr Wert legt und was ihr habt, beziehungsweise was ihr euch vielleicht kaufen würdet. Ich hoffe für euch waren ein paar nützliche Informationen dabei. Wenn ja und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi Kolowski!